Hey YouTube, wie ihr sehen könnt ist ein neues Spielmodus draußen und in diesem Video zeige ich euch alle Items, alle Neuerungen, was das Event mit sich bringt. Kommen wir ganz kurz zu dem Spielmodus an sich und zwar spielt ihr Capture the Flag, ein 5 gegen 5 Modus, welches nur eine Runde dauert mit einem 5 Minuten Timer, keine Vorbereitungsphase und man kann nach dem Tod wieder respawn. Kommen wir auch schon zu den Packs und zwar kostet wie bei jedem Event ein Pack 300 Credits oder 12.500 Ansehen. Insgesamt gibt es 40 Pakete, welches eine halbe Million Ansehen entspricht. Kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar ist das für die Leute, die keinen Bock haben ihr ganzes Ansehen oder Geld für die Packs auszugeben. Und zwar könnt ihr im Shop bei der Snowball Collection für den jeweiligen Operator, den ihr haben möchtet, euch das passende Paket aussuchen. Und zwar kostet ein Paket 1680 Credits und in den Paketen enthalten ist eine Kopfbedeckung, eine Uniform, eine Waffentarnung und natürlich ein Kartenportrait. Als nächstes zeige ich euch die ganzen neuen Items im Detail, also noch viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.